So, jetzt schauen wir mal, wie es hier so aussieht. Hier, Garderobe. Und ich gehe jetzt mal auf die Bühne. Denn die Bühne, Mesdames, ist wirklich großartig. Lichttechniker Frank geht telefonierend hier vorbei, hallo. So, meine Damen und Herren, so sollte ein Theater aussehen. Das wird nämlich nachher noch gefüllt. Ich bin auch soweit, bis gleich.